guten morgen guten morgen wir haben freitag es ist kurz nach 6 wir sind auf die nacht war sehr heiß heute sind wir mal zu viert unterwegs weil die maus und mama auch nicht mehr schlafen konnten müssen übrigens zur anderen seite raus jeden morgen vergessen wir dass das tor noch zu ist wobei die letzten morgen hat das schon ganz gut geklappt ja wochenende hoch die hände na gut wenn ihr das seht ist das leider schon vorbei am sonntag film das halt immer zeitversetzt 48 stunden ich muss ja auch zeit haben das zu schneiden und hochzuladen und deswegen wenn ihr das seht ist bei uns schon sonntag bei euch auch natürlich ich wollte mal zeigen das meer der see richtig schön ruhig kaum menschen unterwegs einfach wenige sitzen da hinten ist eine insel ich habe mich immer gefragt wie heißt die insel wir sind ja munika delgata und da hinten ist so eine insel wie man vom ufer aussieht wo man fähren rüber fahren würde mich mal interessieren wie die heißt wisst ihr das wenn ich würde ja auch kugel fragen aber könnt ihr meine kommentare schreiben wie die insel heißt und mir das verraten dann bräuchte ich kugel fragen ja was steht heute auf dem programm wie jeden morgen wenn wir die runde gehen die gute halbe dreiviertel stunde gehe ich sonst immer gucken wie lange die maus natürlich hält aber zur not können wir sie auch schlörren und dann wenn wir erstmal ein käffchen trinken mal gucken vielleicht duschen wo war ich ja gestern abend schon duschen heute soll es warm werden ja das heißt wir werden bestimmt wieder mindestens dreimal zum meer runter gehen oder mit der maus werde ich im pool springen mal gucken wir werden heute noch mal verlängern bis montag oder dienstag dann müssen wir mal gucken weil wir haben beschlossen wollten nicht sonntags zurückkommen war sonntag halt verkehrsmäßig über brenner sollte der folge und viele fahren sonntag zurück und deswegen haben wir beschlossen werden wir montag oder dienstag zurückfahren dann die rote über passau ingolstadt fulda ja dann werden wir nicht mal schiesene anhalten haben wir angefragt verschiedene campingplätze aber die waren alle voll deswegen werden wir dann direkt durch von hier nach innsbruck so ja durch ihn durch ihn nehmen ich übernehme das mal eben wir werden jetzt unter zum meer und gleich haben wir haben zum see und gleich am see zeige ich euch noch mal wie schön dass sie aussieht ich bin hier winke winke es ist wirklich herrlich die ruhe das wasser ein träumchen ich guck mal die wir was ich habe für dich ich bin ja mal die main levia muss dir zuwinken winkst du zu langsam muss sie du nicht so wir haben den campingplatz bezahlt beziehungsweise ich weiß gerade vorne ich habe erst die wäsche geholt aufgehangen deswegen haben wir jetzt hier ein bisschen bettwäschesicht schutz aber das ist voll angenehm ja dann war ich kurz oben habe gesagt dass wir noch länger bleiben wollen ja gar kein problem wie lange her bis dienstag super super hin und her trallafitti und mit bezahlt damit 28 euro bezahlt pro nacht dann habe ich auch gefragt ob ich so jetzt war auf einmal weg ich weiß oben an der rezeption habe zuerst die wäsche abgeholt ja mit aufgang deswegen seht ihr hinter uns hier den sichtschutz aus bettwäsche und decken ja dann war ich oben an der rezeption haben wir jetzt bezahlt und zwei tage verlängerte dienstag kein problem sagte er der chef selber war da damit bezahlt 28 euro pro nacht pro stellplatz mit zwei erwachsene und den hund livia ist frei und für calvin haben wir 2 80 bezahlt pro nacht und mit runde bau 360 euro bezahlt für zwölf nächte die wir noch bleiben aus germanien kommen steht in der rechnung drin ja und ach ja und was ich erzählen wollte die axi karte sie wollten die gar nicht sehen die haben gefragt mit axi haben wir einfach das ja wollte sehen das passt schon also wenn wir hier auch ohne axi karte mit dem zum axi preis hingekommen aber wie es der doppel will wahrscheinlich hätten wir sie nicht gehabt hätten sie sehen wollen schon alles gut so wie es ist ja dass wir auch erledigt bezahlt haben wir das hier schon wieder aufbruchstimmung nebenan wird aufgebrochen aufgebrochen ich werde mit der drohne wahrscheinlich die tage mal fliegen und ein bisschen film das mache ich dann ganz früh morgens genau spät abends dann ist halt ein bisschen doch beide male fliegen wird ihm ausgraben dann ein bisschen was zum campingplatz nur erzählen da können wir vielleicht ein extra video zu machen bist du müde mein mäusekind würde auch mal hallo sagen wenn man hallo keine zeit sagt die muss die fliegen jagen mit dem eti waren wir heute morgen auch schon habt ihr mitgekriegt er schläft immer noch der war so platt nach der großen runde wissen ja extra noch einmal außen rumgelaufen und damit gefrühstückt lecker croissant gab es für den calvino brötchen haben wir geholt und jetzt machen ein bisschen siesta die kinder die stehen jetzt seit einer halben stunde schon mit bestimmt acht oder zwölf anderen kindern vor dem pool und der poolwächter sitzt da und spielt mit dem handy jetzt sitzt einfach auf seinem stuhl zehn uhr machen die ist offen habe ich auch gedacht na sorry aber da versteht mir wirklich das verständnis irgendwo da er sitzt aber wenn er da sitzt naja aber vielleicht auch versicherungstechnisch finde es halt schade die stehen da und warten und würden gerne und können nicht und dann ist man froh dass immer laufen und rennen und springen wollen sie abkühlen naja das wird zu machen ja und wir wir werden jetzt weiter aufräumen ich wollte den kofferraum heute mal ein bisschen aufräumen notieren wir mal viel verbraucht davon dann wollte ich den kühlschrank ausräumen und sauber machen die mama geht mit der levi einen pool abkühlen damit sie zischt wenn sie einmal reingeworfen wird und dann gibt es bald schon mittagessen heute gibt es kartoffeln mit tzatziki und salat aber das zeigt euch die mama dann wie lecker der aussieht und ich werde berichten was wir noch so toll das heute erleben bis später mal hallöchen wir sitzen wir schwitzen heute gab es wieder mal schnelle küche haben geschmaust ich trinke ein lauwarmes bier aus dem kühlschrank radler es ist wirklich heute ist echt ätzend warm das heißt schon was wenn ich das sage also ich schwitze schon nur wenn ich denke windbrise ja aber wir sind halt in italien im sommer da ist das schon mal extrem heiß sie ist auch im schwitzen hängen die lefze bis zum boden ganz schrumpelige augen hat er schon wir gingen alle zum wasser die maus gerade wach geworden jetzt wirklich lang geschlafen der ist auch warm wir werden uns gleich über die wiese zum meer fangeln dann gehen wir alle einmal schwimmen wenn ihr zischen gehört habt dann waren das unsere körper die ins wasser gefallen sind ja ein thema wollte ich noch ansprechen und zwar auch bei mir jetzt in den kommentare immer öfter oder auch nachrichten die wir gekriegt haben vor allem wie wir das machen mit dem online arbeiten also da gibt es ja viele wege man kann viele sachen machen kommt immer darauf an was liegt einem was liegt einem nicht das ist halt für jeden individuell da kann man nicht sagen macht das macht das macht das weil das ist völliger quatsch wir wollen auch niemanden beeinflussen weil das völlig individuell ist wenn ihr da anregungen braucht oder starthilfe bekender jemand der hat zum einen ein buch online buch war das online guide muss man eben den eti rausscheuchen deswegen oder kurze pause ja wir haben die hat einen online guide rausgebracht wo man halt vieles nachlesen kann wo man vieles erklärt bekommt auch angebote kriegt von diversen anstellungen oder stellen oder was man machen kann von überall auf der welt mit mobilen daten oder jetzt ganz neu macht sie auch so ein webseminar ist ein workshop und da kann man sich anmelden das ist nächste woche sonntag und dann kann man da halt sachen erarbeiten darüber reden kann man ängste genommen bekommen wenn man irgendwelche bedenken hat die unsicher ist was völlig normal das hatten wir auch werden so viele schlaflose nächte da kann man sich halt dann hilfe holen die betreute nimmt dann quasi an die hand klar letztendlich den letzten schritt muss man selber machen die kann ich nicht sagen hier ich mache das alles für dich oder wir oder wer auch immer das funktioniert muss man schon ein bisschen eigeninitiative aber so diesen weg dahin dass man an die hand genommen wird das macht die und das denke ich mal so wie ich das aus dem guide kenne macht sie das sehr sehr gut also wer da interesse hat ich kann euch das ja auch mal in meine infobox den link rein machen zu dem guide und auch zu dem seminar könnt ihr mal reinschauen wer interesse hat ja wollte ich nur mal so erwähnt haben weil ich wie gesagt ab und zu immer mehr nachrichten bekommen die wäre das ist mein meine limo könnte ja mal reinschauen ja jetzt wie gesagt die maus die mama ist doch ja musst du nicht weiß dies war haben die ziehe ich jetzt gleich oben und dann für zwei fingen stillen ich dachte schon ob ihr was verfasst moin mochi hast du geschlafen fein ja wir gehen jetzt gleich zum meer und werden uns abkühlen und dann melde ich mich nachher noch mal zu wort ihr lieben bis später mal hallochen wir hatten heute eine planänderung einer wir waren gerade schwimmen das hat sehr gut getan abgekühlt habe ich gesagt die lebe die war so warm gerade hat zelitis gekriegt und ich glaube die vom nachbarn die hatten auch ein paar tagen das probleme das baby dass sie sich was eingefangen hat und so bin ich jetzt zum einkaufen gefahren am schlafen möchte man im weiteren machen wir mal jetzt nicht am schlafen beziehungsweise holt sie jetzt aus sie hat schon minze gemacht sie hat jetzt viel getrunken und eigentlich wollten wir morgen früh einkaufen aber jetzt dadurch haben wir gesagt komm fahren wir jetzt eben einkaufen statt dann brauchen wir morgen nicht los und haben auch frische sachen und gucken ob ich eine apotheke finde da wollte ich immer so ein fieberzäpfchen falschen wochen in der regel ist hier halt im nehmen hat immer gut geklappt aber da wollte ich jetzt mal schauen ich bin das noch nicht zum hinterspaar weil hier vorne war nur ein aldi und sonst nicht viel und der penny halt und da wollte ich mal im hinterspaar gucken und dann ob wir die nächsten zwei tage einkaufen und unser kühlschrank war der hitze halt nicht so geil heiz.. äh kühlt haben wir gesagt fahren wir halt ein bisschen öfter und jetzt fahre ich halt jetzt mit 15 minuten jetzt im hinterspaar dann werden wir wahrscheinlich wieder viel testen und holen weil es einfach einfacher ist und ähm ja ich erzähle euch gleich mal wie es gelaufen ist und die Mauerwäder dann unter aller voraussicht dann auch gleich haulen und euch dann auch zeigen was los weg wird gekauft haben ja gut ihr lieben dann sag ich mal bis gleich hallöchen wir sind wieder daheim das war ein ritt zum erbrechen da sind kalle und ich 20 minuten gefahren durch stück und über stück und über stein und vorbei am rehlein und ja was war der spar die gab es nicht mehr haben ganz sparsam geguckt ja man sind wir zurück gefahren hoppla hopp kein laden gefunden wieder zum aldi egal haben wir wenigstens alles gekriegt das habe ich euch dann aber in einem extra haul gezeigt haben wir schon alles verwurstet und gezeigt verräumt und haben gerade lecker geschmaust vom gesunden burger king haben wir uns mal gegönnt haben wir uns gesagt einmal wenn wir im urlaub sind hier unterwegs sind ja fast immer im urlaub aber einmal wollten wir uns wieder gönnen hat geschmeckt wie immer super lecker eine stunde her aber so langsam kommt der appetit wieder aber es ist lecker es hat gut die kalte cola zu trinken und ja jetzt lasst mir den abend ausklicken schon recht dunkel deswegen habe ich hier weg du mücke meine taschenlampe die mücken kommen schon an und wollen mich ansaugen der etigung da liegt sie auf mir die maus ist auch am dösen da geht es ja heute nicht so gut habe ich schon viel gestochen legt mich doch kommt sie wieder bei meiner anderer hand meine schlaghand rausholen so sagen sie mich ja an ergibt es ja nicht ohne zu fragen wollten mit secken nee 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 ja wir lassen jetzt den abend hier ausklingen sind viele viele abgereist dahinter mit der reich ist komplett leer die war immer voll voll komisch voll schade irgendwo aber auch schön so viel platz zu haben ja ja schade jetzt die maus ein bisschen kränklich aber ich denke mal dies hat im nähen morgen wird es ja wieder gut gehen habe mir jetzt hier ein bierchen aufgemacht das trinke ich jetzt ganz genüsslich und dann denke ich mal wenn wir heute nicht mehr viel machen ist einmal durchgelüftet die fenster alle aufgemacht ist es draußen relativ kühl also ich finde es echt angenehmer als gestern abend und gestern nacht das war wirklich schon echt hardcore kurz vor lava vulkan aber ich denke heute wird es ein bisschen angenehmer zur not haben wir schon gesagt die mama und ich dann gehen wir einfach da draußen auf die liegen und lassen uns vor den stechmücken zerbeißen aber mal gucken ist ja noch ein bisschen hin so sieht es aus ja ein aufregender tag mal wieder nur waren viele schwimmen haben gechillt eingekauft wollten eigentlich in die stadt gehen der laden hat übrigens 21 uhr auf aber viertel nach acht gerade wo wir die schuhe kaufen wollten für die frau maus da war immer noch offen da werden wir dann morgen was wohl über morgen mal hingehen weiß nicht ob die sonntags offen haben aber da werden wir mal gucken daneben wenn wir euch dann auch mit entweder die mama oder ich wenn euch da mitnehmen euch das zeigen ja in dem sinne kling klang ausgeklungen genießen jetzt den abend ich hoffe ihr habt auch einen wundervollen abend gleich viel spaß bei der michaela gleich um 19 uhr und danach lasst es euch gut gehen lasst euch nicht nicht ärgern wir sehen uns morgen in alter frische ahoi